Musik Es sind die richtigen Leute und es ist das richtige Format. Es ist ein Abend, du kannst einfach nochmal richtig starkes Know-how aufteilen. Die vier Referenten heute Abend mit ihren verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Facebook-Ads und eben auch so diese Kleinigkeiten, die einem bei so Vorträgen mal vor Augen gehalten werden, die man eben sonst auch gerne mal vergisst im geschäftlichen Kontext. Ich habe mir gerade wirklich Notizen gemacht, so zehn Dinge, die ich jetzt in den nächsten zwei Monaten wirklich auch umsetze. Und das ist, denke ich mal, bei so einer Masterclass einfach gegeben. Es gibt halt in kürzer Zeit vom echten Experten wirklich hochdosierte Informationen, die man auch so sonst nicht woanders finden würde, glaub ich mal. Also ich habe schon sehr viel Erfahrung gehabt, jetzt hier im Thema Facebook-Ads zum Beispiel bei dieser Masterclass und habe noch sehr, sehr viel gelernt heute. Wenn man schon mal eigene Erfahrungen gesammelt hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier vorbeizuschauen, einfach um dieses Lehrgeld zu sparen, sag ich jetzt mal. Also klar, man kann die Erfahrungen hier selber machen und selber viel Geld verbrennen. Das ist immer für die Speaker schon gezeigt, wie es nicht geht. Und was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass es eben sehr, sehr viele Insights gegeben hat, sehr detaillierte Informationen. Für Unternehmer, die ihr Business aufs nächste Level bringen wollen, das ist eine Riesenmöglichkeit und sollte auf jeden Fall genutzt werden. Also wer es nicht nutzt, ist selber schuld, sag ich mal. Vor allem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob es das Ganze heute auch noch als Aufnahme geben wird, ob ich mir bestimmte Punkte nochmal angucken kann. Hoffentlich kann ich mir das nochmal als DVD oder als Online-Mitschnitt oder sowas reinziehen.